Hallo und willkommen zu diesem Video, in dem wir dir zeigen, wie du Astronaut werden kannst. Astronaut zu sein ist ein Traum für viele Menschen, aber es ist auch eine sehr anspruchsvolle und wettbewerbsintensive Karriere. In diesem Video erfährst du, welche Voraussetzungen du erfüllen musst, welche Ausbildung du absolvieren musst und welche Herausforderungen dich erwarten. Zunächst musst du einige grundlegende Anforderungen erfüllen, um dich als Astronaut zu bewerben. Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und über einen Hochschulabschluss in einem naturwissenschaftlichen, technischen oder mathematischen Fach verfügen. Außerdem musst du eine gute körperliche und geistige Gesundheit haben und einen medizinischen Test bestehen. Du musst auch fließend Englisch sprechen und bereit sein, andere Sprachen zu lernen, wie zum Beispiel Russisch. Wenn du diese Anforderungen erfüllst, kannst du dich bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA bewerben, die alle paar Jahre neue Astronauten rekrutiert. Die Bewerbung besteht aus mehreren Schritten, die deine Motivation, deine Fähigkeiten und deine Persönlichkeit überprüfen. Du musst einen Online-Fragebogen ausfüllen, einen psychologischen Test machen, ein Interview führen und an einer Auswahlwoche teilnehmen. Nur wenige Kandidaten schaffen es bis zum Ende dieses Prozesses. Wenn du zu den glücklichen Auserwählten gehörst, beginnt deine Ausbildung als Astronaut. Diese dauert etwa zwei Jahre und umfasst theoretische und praktische Module in verschiedenen Bereichen wie Raumfahrttechnik, Raumfahrtmedizin, Überlebenstraining, Flugtraining und Weltraumspaziergänge. Du musst auch an verschiedenen Simulatoren üben, wie zum Beispiel dem Europäischen Astronautenzentrum in Köln oder dem Hawthorne in Jedora. Nach deiner Ausbildung wirst du Teil des ESA-Astronautenkorbs und wartest auf deine erste Mission ins All. Dies kann mehrere Jahre dauern, je nach Verfügbarkeit von Flügen und deiner Eignung für bestimmte Missionen. Wenn du ausgewählt wirst, musst du dich auf deine spezifische Mission vorbereiten, die je nach Zielort und Dauer variieren kann. Du musst dich mit deiner EF vertraut machen, die Experimente kennenlernen, die du durchführen wirst, und dich an die Bedingungen im Weltraum anpassen. Deine Mission ins All wird wahrscheinlich einer der Höhepunkte deiner Karriere sein. Du wirst die Erde aus einer neuen Perspektive sehen, die Schwerelosigkeit erleben und an der Erforschung des Weltraums teilnehmen. Du wirst aber auch mit vielen Herausforderungen konfrontiert sein, wie zum Beispiel der Isolation, dem Stress und den Risiken eines Raumfluges. Du musst dich an einen strengen Zeitplan halten, mit deiner EF zusammenarbeiten und eventuelle Probleme lösen. Nach deiner Rückkehr zur Erde musst du dich wieder an die normale Schwerkraft gewöhnen und dich von den Strapazen erholen. Du musst auch deine Erfahrungen teilen und auswerten, um zur Verbesserung der Raumfahrt beizutragen. Du kannst auch an weiteren Missionen teilnehmen oder anderen Aufgaben nachgehen. Wie du siehst, ist es nicht einfach, Astronaut zu werden. Es erfordert viel Engagement, Ausdauer und Leidenschaft. Aber es ist auch eine sehr spannende und lohnende Karriere, die dir die Möglichkeit bietet, etwas Außergewöhnliches zu tun und zur Wissenschaft und Gesellschaft beizutragen.